hallo ist martin von meinem anke ist dass die dachsanalyse für nun dienstag den 24 10 2023 und die bären haben sich zum montag bisschen ein kleines päuschen gekämmt nachdem hat sich zumindest ist dann auch mal auf seine rampe vorgeklettert gekriegt hat wir haben auf tagesebene auf jeden fall hier immer sieht es auch auf zwei stunden eben den aufwärtstrend mal angerammelt der ist natürlich hier jetzt als dünne linie drin auf tagschart sieht das ein bisschen markante aus grundsätzlich vielleicht auch zum start wir hatten darüber gesprochen was der dax tun müsste um bullig zu sein erinnert euch da war vieles von dem was besprochen wurde nämlich erkennbar wir hatten gesagt wenn der dax aufwärtsgebringt sich 8 50 8 60 hoch schiebt und dann bei 8 30 800 wieder abstößt und anschließend neue hoch macht nach 9 30 kann er gut und gerne 9 40 9 50 erreichen und das hat aber nicht geschafft wir haben das aufwärtsgebringt gesehen hat sich in die 8 50 8 60 reingesetzt und hat dann die das auftreten das long signal wieder mal nicht hinbekommen wie schon die ganzen letzten mal hier immer wieder die trigger punkte angespielt aber nicht umgesetzt bekommen und das wäre eben wichtig gewesen das haben wir bei uns auch im premium dienst so noch mal geschrieben gehabt passt da auf so sinngemäß hat er muss auch bei 8 30 er muss bei 800 spätestens wieder aufdrehen wenn er das nicht macht geht er unten 87 67 in get plus machen und wenn er sich dort nicht fängt jetzt bis 776 das hat er dann letztendlich noch durchgezogen hat hier nicht aufgedreht bekommen das long petter nicht auf also nicht aktiviert bekommen aber wir haben und da kommt man vielleicht mal im tageschart rein jetzt hier natürlich eine schöne kerze drin stehen also da muss man wirklich sagen die hat es noch mal schön drauf gezogen hier die steht auch gut noch im channel trainer die steht gut auf dem trend und damit ist quasi der pfeil jetzt hier abgefrühstückt netter der markt ist jetzt unten auf die linie drauf gelaufen und hat sich von dort jetzt gut durchgeschoben das heißt oberhalb der kerze würde ich auch zum dienstag tatsächlich dann spielraum für eine mehrtägige erholung auch sehen ja zielbereich kann durchaus 15 100 dann schon mal werden wichtig ist aber dafür die 14 8 30 und die müsste er nun dieses mal zum dienstag nicht mal bestätigen von oben sondern dadurch dass wir die marke jetzt schon zum zweiten mal als signalgeber bekommen hat mehr gestern schon und dann jetzt auch am nachmittag als hoch wird hier ein einfaches überreichen von 8 30 tatsächlich dann schon reichen um nach oben eben bis zum spielraum aufzugeben spielraum bis in die 87 800 rein die quatsch das war verkehrt wartet was haben wir hier oben das habe ich die gäbe durcheinander gebracht wir haben hier oben 49 69 49 60 wäre die nächste anlaufstelle als direkter kandidat und dann wären darüber hier 15 70 bis 15 100 interessant das sind so die zwei erholungsstationen die sich dann erstmal annehmen könnte ansonsten wie gesagt die basis ist eine gute ausgangsbasis um hier jetzt mal reinzusetzen aber er muss die bedingung auch wirklich erfüllen die wir eben setzen dann muss die bedingung auch ablaufen wenn er das immer bloß anfängt und nicht zu ende bringt wie wir das die letzten tage gemacht haben und ihr seht dass dass das nichts wird dann müsst ihr im umkehrschluss direkt auch wieder umschalten und euch auf der unterseite dann eben für den bewegungsspielraum öffnen der dann da entsteht das heißt wenn wir sehen der scheiter zum beispiel an dem überwinden an 8 30 und klar direkt wieder wie ein bekloppte zurück dann gibt das definitiv auf der unterseite erstmal für das spielraum für weitere tiefs wahrscheinlich wird es erstmal ein kleiner doppelbodenversuch weil er hat hier wirklich gut abgezogen also muss man auch so sagen dass es fast die größte gegenwerte die wir überhaupt jetzt gesehen haben seit mitte oktober hier hat man zwar noch mal so ein kleines stößchen drin aber das war schon so sichtbar also deutlich gegenwärter wenn man das so hier die ganzen tage immer mal wieder gesehen hat was zurückgekommen ist ist das schon fast am prägsamsten gewesen haben sogar fast das tageshoch noch mal einbekommen waren oberhalb der tageseröffnung noch mal gewesen also der hat schon gut zurück geschoben deswegen würde ich ihm zum dinge sagt durchaus zutrauen dann erholung fortzusetzen sollte halt bloß vermeiden und heißt wieder brachialen die weg verkauft werden also gerade so unterhalb von 796 wird es dann schon wieder etwas kritischer sehen dann könnte mir vorstellen dass er dann ein weiteres mal noch mal und setzt und dann gegebenenfalls mag vielleicht einen kleinen doppelboden probiert 630 600 und sollte das aber auch nicht reichen dann mit jedem tieferen hoch jedem tieferen tief was wir sehen bleibt der abwärtstrend weiter bestehen solange der die 38 jetzt nicht nach oben gehoben kriegt und gut gestanden ist jetzt hier wirklich nicht wichtig das war jetzt für den montag wichtig dass er die auch von oben bestätigt das für den dies jetzt nicht mehr ganz so wichtig aber solange der drunter bleibt ist natürlich das risiko schon da im abwärtstrend zu bleiben weil der ist ja noch intakt der ist ja noch aktiv im kein höheres hoch wir haben kein höheres tief also der abwärtstrend das rein formal betrachtet erst mal noch aktiv ja und deswegen sollte man wenn er das nicht hinkriegt und sich dann nicht eben drüber gehoben gekriegt ich könnte mir vorstellen dass das 796 vielleicht noch mal kurz schwung holt und auftritt aber wenn er tiefer geht einfach und man davon ausgehen dass er mit jedem tieferen tief dann wieder ein tieferes hoch nach sich zieht und dann wieder ein tieferes tief tieferes hoch tieferes tief wir haben dann die nächste station bei 5 40 dann bei 4 45 das sind so die nächsten anlaufstation wenn er eben weiter runter tigert aber ich finde schon der tagesschaft sieht das ganz schick aus also mir gefällt das gut mit der tageskatze die gefällt mir gut ja auch wenn die jetzt rot ist das ist das gar nicht so ausschlaggebend der war ja bis sie hoch noch mal zurückgekommen schön auf dem auf dem trend aufgesetzt versucht den den channel noch per schluss zu halten also da ist schon da ist schon willenskraft da gewesen ja und jetzt muss ich zeigen ob es zum dienstag aktiviert gekriegt wie gesagt kann an 8 30 nach oben stehen und gehe ich davon aus dass wir 49 69 60 zum dienstag auch schon mal erreichen und 50 5 15.000 15.050 15.070 15.100 das wäre bonus würde ich dann aber richtung mittwoch und donnerstag sehen weil er wahrscheinlich auch nicht wie so ein bekloppte jetzt nach oben los rennt naja das wird wahrscheinlich eher wieder korrektiv an ansetzen wird immer wieder ein bisschen nach unten strudeln mit kleinen erholungen die dann reinkommen immer wieder noch mal kurz in die knie gehen dann das aber doch wieder abfangen wieder ein stückchen höher drücken das macht in so einer situation eigentlich üblicherweise ja punkt okay gestern hat er noch jemand gefragt martin hier unten ist doch kein gap mehr doch hier ist ein gap ihr seht es ja an dem lila strich der handelsschluss war hier auf der kerze gewesen am close ist 14 1 96 und das tagestief des folge tages war bei 14.220 das heißt das sind wenn auch nur 20 punkte gap knapp sind es trotzdem 20 punkte offenes gap und damit kann das noch geschlossen werden die schatten sind beim kip hier tatsächlich jetzt egal also nicht egal wer es wenn es an der folge kerze wäre wenn es an der folgenden kerze wäre dann wäre der mark dieses gap ja am folgetag schon einmal durchhandelt worden wenn hier das gap an der kerze ist hat das nicht zu bedeuten weil der schlusskurs der letzte kurs ist da wo die kerze geschlossen wurde das ist hier und wenn dann zur nächsten kerze eine lücke entsteht ist das ein gap das ist die definition eines gaps ja egal wie die kerze am vortag war wäre hier an der folgenden kerze ein gap durch diese lücke durch dann wäre das gap geschlossen ist es aber nicht war der wurde noch nicht durchhandelt die lücke und deswegen bleibt das offenes ziel wenn unser markt weiter treibt und hier weiter fällt 5 40 erreicht 4 45 erreicht beides sich halten kann dann ist unter 4 45 hier bei 14.200 der nächste punkt zu suchen und deswegen achtet wirklich darauf dass hier die die longsignale auch bestätigt werden dass er das annimmt ja man muss dass da nicht immer der erste sein der long geht naja das ist auch immer was was wir immer wieder sagen er achtet versucht auf die signale zu achten und versucht ein bisschen den 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 markt auch kommen zu lassen ja und solange der immer wieder weg gibt immer wieder abknickt muss man auch nicht zu also noch nicht zu aggressiv auch auf der long seite drin herum handeln das geht immer leichter hoch zu im aktiven aufwärtstrend long zu suchen als im abwärtstrend und es geht immer leichter im abwärtstrend noch einen short zu probieren weil der markt dann doch immer noch mal nach unten tendiert erinnert euch daran in die letzten wochen wo es immer darum wo geht man short wo geht man long habe ich euch immer wieder gesagt wenn der markt einmal hier unter der 15 unter den ganzen tiefs drunter ist dann läuft es einfach leichter anschaut position zu ziehen das ist einfach so ja und die longs kannst du fast sagen oberhalb von 15.500 gehen auch wieder viel leichter von der hand wie jetzt hier drinnen immer zu versuchen da unbedingt gleich der erste zu sein ja das kann eben noch ein bisschen dauern und ich könnte mir eben zum dienstag jetzt auch vorstellen dass das ein bisschen naja mühseliger wird aber ich denke trotzdem dass es eine gute basis wäre um eine erholung einzusetzen setzt aber voraus dass wir über 8 30 handeln sehen wir den nicht über 8 30 handeln könnt ihr das erstmal ausblenden dann stellt euch auf tiefere tiefs ein ja guckt vielleicht bei 796 noch mal ein bisschen genauer hin falls er dann nach oben noch mal anzieht ja aber ansonsten muss da wirklich jetzt über die 8 30 drüber und muss das da muss da drüber punkt ja aber hat eine gute ausgangsbasis also sie fast eigentlich die beste an der letzten tage muss man schon zu sagen das sieht recht stimmig aus jetzt guck mal was er draus macht ich wünsche euch gutes gelingen viel erfolg und dann hören wir uns morgen wieder bis dahin tschüss so 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 so